Trotto.de präsentiert Ihnen die V7 Plus V-Show für den Karfreitag, 7. April 2023. Die V7 Plus Wette mit einer Garantieauszahlung in Höhe von 10.000 Euro. Und wir blicken gleich rein. Start des ersten V7 Plus Wends ist das dritte Rennen. Und ich denke, hier muss man auf jeden Fall drei bis vier Pferde mitnehmen. Ich wäre bei der 2. Firebird CG. Der hat zuletzt auch gewonnen in Berlin-Karlshorst auf klebriger Piste. Wurde da nachträglich am grünen Tisch von der Rennleitung disqualifiziert wegen unsaubere Traberei. Und von daher denke ich, dass er sich hier natürlich rehabilitieren kann. Das Gleiche oder Ähnliches gilt bei der Nummer 7, Mr. ECD. Der war beim ersten Start unter der neuen Regie von Thorsten Tietz noch nicht so gut. Er war zweites Pferd innenliegend und hat dann stark nachgelassen. 500 Meter vor Schluss. Ich denke, der wird auch verbessert gehen. Die 6, Mabonneur mit Viktor Genz. Viktor Genz hat zuletzt auch jemanden vorgestellt nach der Pause, der gleich auf Anhieb topfit war. Das Gleiche erwarte ich jetzt von Mabonneur. Und natürlich die 8, Final Destination. Carsten Mielek mehrere Male unglücklich gelaufen. Letztes Mal richtig gut gelaufen gegen Bela Bartok und Megan Boko. Da war man in einem Dreikampf involviert und jetzt aufgrund seines Alters passt er hier perfekt ins Rennen. Für mich die 2, die 6, die 7 und die 8 und mit etwas Abstrichen dahinter die 4 und die 5. Also relativ offen gleich die erste Prüfung. Dafür wird es danach für mich einfacher, denn hier kommt meine erste Bank. Im zweiten Rennen Kronos Centaur. Er hat jetzt vier Rennen in Folge gewonnen und ich denke, der fünfte naht mit dem deutschen Amateur-Champion Thomas Maaßen. Letztes Mal in Gelsenkirchen außen herum, davor in Mariendorf über ein Kilometer in der dritten Spur unterwegs. Also dieser Sieg führt wirklich nur über die 5 Kronos Centaur. Fünftes Rennen und hier der zweite Vorlauf zum Fritz-Brand-Rennen ist doch ein wenig offener. Ich denke, wir brauchen die 2 Russell mit Sebastian Gläser. Zuletzt so ein bisschen an der zweiten Startreihe gescheitert. Die 3 Gino und Bernd Nebel. Die 7 Captain Olaf, da ist die Generalprobe mit Sarah Kube erfolgreich gewesen in der Wuhlheide. Und die 8 Karre G. Grimwood war in Karlshorst einmal zweiter, ein bisschen spät eingesetzt worden. Und danach unglücklich aufgrund einer brenzligen Situation ist er über die Innenbegrenzung geraten und fing dort eine Galoppade an und wurde disqualifiziert. Für mich die 2, die 3, die 7 und die 8 und dann dahinter schon, ja, ich habe ihn mir gespart, aber vielleicht nehmen Sie ihn mit, die 6 Donato Princess mit Hans-Jürgen von Holt, ein absolutes Dream Team. Sechstes Rennen und hier haben wir einen Lauf der Silberserie, ein absoluter Kracher mit absolut mehreren Sieganwärtern. Die 1 Global Commission, Jürgens Junissen, der schwedische Top-Driver kommt rüber. Die 3 habe ich noch ein bisschen auf meinem Schein. Dream my dream, normalerweise viel besser als der Formenspiegel. Ohne Eisen, vielleicht geht da was. Die 4, Scala, hat bei den letzten beiden Starts über 20.000 Euro verdient und hat jetzt so ein bisschen die Klassen übersprungen. Aber das sah schon sehr, sehr gut aus, was Scala in Schweden abgeliefert hat. Aber das muss sie natürlich jetzt nach der Pause erst einmal kompensieren. Die 6, Mokritsch, kennen wir alle, vermutlich hier nur für ein Platzgeld in Frage. Aber wenn das Rennen schnell gelaufen wird, warum nicht? Die 7, die 8, Blizzard PS und auch die 7, Jacques Villeneuve sind absolute Formpferde, haben kürzlich auch gewinnen können und geben wirklich seit Monaten nur ihr Bestes. Und die neuen Chimichuri, zuletzt sehr unglücklich gescheitert in Mariendorf. Da war er im ersten Lauf der Silberserie schon auf der Siegerstraße und dann rutschte eine Knigermasche auf den Ballen des Pferdes und somit reagierte er aufgrund eines Fehlers und wurde disqualifiziert. Also sehr offen, breit aufstellen hier im sechsten Rennen. Das ist das vierte Rennen der V7 Plus-Wette. Siebtes Rennen und hier denke ich, dass wir einen Zweierweg haben werden und zwar in Form der Startnummer 3 Rimsky und der 6 Black Mountain. Rimsky war zuletzt wieder gut, war Zweiter hinter Prestitious SB. Davor hat er wirklich enttäuscht in einer PMÜ-Prüfung und man hat aus dem Quartier gehört, dass er die Zunge übers Gebiss gelegt hat und somit sich selbst die Luft nahm. Also diese Form ist einfach zu streichen. Dann haben wir noch die 6 Black Mountain. Jetzt der dritte Start nach der Pause und ich denke, der ist konditionell gefördert. Zuletzt so ein bisschen an der zweiten Startreihe gescheitert. Wenn Viktor Gens ein bisschen offensiver ihn einsetzt, dann denke ich, spricht er hier um den Sieg mit. Für mich also die 3 und die 6 im siebten Rennen. Achtes Rennen und hier habe ich einen Dreierweg mit der Nummer 3 Siena. Ein Pferd aus dem Gestüt Larsberg gehört natürlich immer auf den Schein. Zuletzt in 1.15.8 hier in Mariendorf Startziel gewonnen und Seppi Franzl musste nicht die Hand aufmachen. Somit war das ein leichter Sieg. Leichter hat auch die 5 gewonnen. Limbo Kahn-Newport mit Michael Nimczik. Er gewann in Menschen-Gladbach gegen einen Seriensieger Joao de Vivre mit Marceliano Hauber und somit auch die 9, Mace Craze Us, hier aus der zweiten Reihe chancenreich. Für mich die 3, die 5 und die 9 im achten Rennen. Ein Lauf der Newcomer-Serie. Neuntes Rennen und hier ist die Bank Nummer 2. in Form von Major Us. Major Us, dieses Mal ohne Eisen. Das wird ihn noch ein bisschen beflügeln. Und er ist ja in diesem Jahr schon zweimal gelaufen, zweimal gewonnen und was will man mehr? Für mich kann er dieses Rennen hier kaum verlieren. Natürlich hat der Gegner in Form von Gustavs MBE, den hat er aber zuletzt schon gehalten. Und natürlich auch die 6 Mr. Atelier mit dem deutschen Amateurmeister und deutschen Amateur-Champion Thomas Maaßen. Die V7 Plus-Wette mit einer Garantieauszahlung in Höhe von 10.000 Euro. Viel Erfolg!